Willkommen zu dieser neuen Folge Minecraft Timeline. Wie alle die den letzten Folge gesehen haben und wissen, dass diese Folge vorproduziert ist. Also, wenn irgendwas am Freitag oder am Donnerstag passiert ist, weiß ich nichts davon. Also, ja. Bei der heutigen Folge werden wir ins Out-of-Time-Portal gehen. Also, ja. So, gehen wir runter. Also. Out-of-Time. Let's go. Wow. Äh. Out-of-Time. So wird die Timeline-Map aussehen. Wird auch aussehen, wenn du die Zeit nicht zerstörst. Code 6. Wie wird das aussehen? Warte. Wartet mal. Warte. Was? Ähm. Ähm. Ich mach hier ein, gut. Okay. Äh. Ähm. Okay. Was? Was? Was geht hier ab? Nein. Das ist sicherlich ein Trick. So wird es sicherlich noch nicht aussehen, aber... Bin ich in der Zukunft böse gefördert, oder was? Ich werde die Zeit aber nicht zerstören, aber... Ist das wirklich der einzige Ausweg? Der einzige Ausweg. Tika! Ganze Maps werden gelöscht. Deswegen heißt diese Insel, äh, Out of Time. Weil die Zeit hier weg ist und es nicht mehr funktioniert. Okay, geh mal schnell zurück. Leute! Das ist krass! 2-0-0-6. Ja! Universal Block Remover. Kameramonitor. Lol. Lol. Das ist einfach die Portalbewachung. Hm. Aber das Buch. Code 145. Okay. 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 Geh mal schnell dorthin. Probieren es mal aus. Also. Code 145. Ja! 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 Timebo. Let's go. Na hause! Outro